Im heutigen zweiten Teil meiner YouTube-Reihe zum Thema Achtsamkeit will ich die Frage beantworten, was wir aus wissenschaftlicher Sicht über die Wirkung von Achtsamkeit wissen. Warum funktioniert Meditation? Was passiert im Gehirn? Und noch wichtiger, denn wir sind ja nicht einfach nur Gehirne. Was passiert mit uns, wenn wir meditieren? Ich selber meditiere seit vielen Jahren, habe aber auch im Laufe der letzten 20 Jahre mit sehr vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, von denen viele selber meditieren, gesprochen. Und darüber hinaus bin ich einigen wirklichen Meditationsmeisterinnen begegnet und habe mich mit ihnen ausgetauscht. Meine Zusammenfassung jetzt bezieht sich jedoch in erster Linie auf eine Reihe von Forschungsartikeln und einigen Büchern. Hier unten. Um es in der Flut der tausenden Veröffentlichungen ein wenig einfacher zu machen, beziehe ich mich dabei unter anderem auf Forschungsergebnisse von Jon Kabat-Zinn, den Meditationsforscher Richard Davidson und dem Psychologen Daniel Goleman, sowie auf die beiden Neurowissenschaftler Britta Hölzel und Ulrich Ott. Die positiven Wirkungen, die Achtsamkeitsübungen haben können, sind in den letzten 10, 15 Jahren sehr umfangreich getestet und überprüft worden. Sonst hätte es auch nicht einen solchen Boom gegeben. Die deutsche Psychologin und Neurowissenschaftlerin Britta Hölzel, die selbst MBSR-Trainerin ist, mehrfach in meiner Fernsehsendung war und in Harvard forschte, betont vor allem drei Aspekte, auf die ich der Reihe nach jetzt eingehen will. Erstens die Stärkung der Aufmerksamkeitsregulation, zweitens die verbesserte Emotionsregulation und drittens die Veränderung im Selbsterleben. All das geschieht natürlich nicht hintereinander stufenweise, sondern geht ineinander über und ist miteinander verbunden. Die drei Hauptpunkte haben alle mit einem Ablauf oder einem Mechanismus zu tun, in dem es um ganz grundsätzliche Wirkungsweisen von Achtsamkeitsübungen und Meditation geht. Achtsamkeitstraining hat einen direkten Einfluss auf unser sogenanntes Default Mode Network oder kurz DMN. Das ist ein Zustand, in dem sich das Gehirn schaltet, wenn wir nichts tun. Über viele Hirnregionen hinweg werden diese Regionen zusammen in eine Art Ruhemodus geschaltet, weshalb man eben auch von einem Netzwerk spricht. Das DMN wird also beim Nichtstun aktiv. Und das ist der Normalnetzwerkzustand, in dem wir uns viel öfter befinden, als wir überhaupt annehmen. Die Schulung von Achtsamkeit ist sehr eng verbunden mit unserer Fähigkeit, dieses Netzwerk, diese Werkseinstellung oder Software-Grundausstattung, bewusst und direkt beeinflussen zu können. Man kann sagen, dass ein Schalter umgelegt wird und Achtsamkeit an die Stelle dieses Netzwerkzustandes tritt. Dann gleiten wir oft, ohne es richtig zu merken, ab in einen Zustand des Tagträumens, verweilen in Narrativen und Gedankenwolken. Und deshalb wird der Zustand des DMN auch Mind-Wandering genannt, also Umherwandern des Geistes. Untersuchungen zeigen, dass Menschen faktisch einen großen Teil ihres bewussten Lebens in genau diesem Zustand des Tagträumens verbringen. Schwer zu glauben, gebe ich zu, aber es ist so. Neurowissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nennen diesen Zustand die Werkseinstellung des Geistes, den Default Mode. In diesem Zustand ist das Gehirn samt seiner sehr unterschiedlichen Areale bildhaft gesprochen, durch einen lockeren Schwingungszustand verbunden. Das Gehirn chillt. Und zwar in allen Kammern und allen Bereichen, die es im Gehirn so gibt. Der Psychologe und Humanbiologe Mark Wittmann spricht von einer sogenannten kortikalen Mittellinie des Gehirns. Wenn sich das Gehirn im DMN befindet, schweifen wir notgedrungen mit den Gedanken ab, assoziieren und spielen mit unserem imaginierten, also vorgestellten Ich. Wir reisen dann gern mal mit ihm in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Ihr geht beispielsweise in der Stadt an einem Laden vorbei und zack, stellt ihr euch vor, es wäre endlich diese flauschige Jacke zu haben, diesen Wahnsinns-Kopfhörer oder was auch immer. Zack, fliegt euer Ich los und ihr hinterher. Dass ihr in der Zeit fünf Meter weitergegangen seid, habt ihr überhaupt nicht gemerkt. Leider passiert das vielen Menschen auch zum Beispiel beim Autofahren, was manchmal zu Unfällen führt. Ich jedenfalls nenne diesen Zustand für mich mein Leben im Fiktiven. Menschen verbringen gute 50 Prozent ihres gesamten Wachen, also bewussten Lebens, in diesem Zustand des Abgelenkt- und Verträumtseins. Wir erzählen uns dann nette Geschichten über uns selber und das DMN untermauert diesen andauernden Bewusstseinsstrom von Gedanken und Fantasien immer weiter und kombiniert ihn außerdem mit unseren aktuellen Wahrnehmungen, also Sehen, Hören, Fühlen und so weiter. Wir bauen dann all das in unsere tolle Erzählung von uns selber ein und das boostet unser Ich. Dieses Abschweifen der Gedanken ist also verbunden mit einer stärkeren Wahrnehmung des Ichs, das dadurch immer weiter aufgebläht wird. Ein Großteil unseres Egoismus hat mit diesem Mechanismus zu tun. Achtsamkeit und Meditation unterbrechen diesen Zustand. Sie führen von den Erzählungen über das Ich zurück in die Gegenwart und damit in die Realität hinein. Ich sitze jetzt auf diesem Stuhl und träume nicht. Zu meditieren heißt, realistischer zu werden, zurückzukommen zur tatsächlichen, realen Wahrnehmung dessen, was ist zur Gegenwart, hier und jetzt. Ist dieser erste Schritt gemeistert, setzen mit längerem Training dann die drei verschiedenen Effekte ein, die ich eben angesprochen habe. Leider verbringen Menschen, wie gesagt, einen sehr großen Teil ihrer Zeit in diesem Zustand, in dem sie über Dinge nachdenken oder sich Handlungen vorstellen, statt tatsächlich zu handeln, Handlungen, die nicht präsent sind und sie kriegen auch nicht mit, was um sie herum tatsächlich geschieht. Sie leben im Denken, statt wirklich zu leben. Der Buddhismus deutete schon vor 2500 Jahren, dass diese übermäßige Gedankenproduktion zu Leiden führen kann. Der Grund dafür ist, dass wir die Illusion des Ichs nähren und dann immer wieder feststellen müssen, dass dieses vorgestellte Ich im wahren Leben ja ganz anders ist, als in der intensiven Vorstellung. Und zweitens, dass auch die Realität eine andere ist, als die, die wir uns vorgestellt haben. Neurowissenschaftlich kann man das also ganz gut untermauern. Wenn wir wieder mal im fiktiven Leben, dann wenden wir uns, statt uns mit dem einmaligen und wirklich einzig realen Faktum, das Jetzt zu befassen, stattdessen dem zu, was war, aber eben nicht mehr ist, also auch nicht mehr existiert, oder sein wird, was also auch noch nicht existiert. Wir entwickeln also eine Welt voller imaginierter Zukunfte, die übrigens, wie einige Soziologen, Jens Becker zum Beispiel, unlängst gezeigt haben, dann, wenn sie kollektiv werden, ganze Ökonomien, die Politik, das Konsumverhalten oder das Geschehen an der Börse beeinflussen. Matthew Killingsworth und Daniel Gilbert von der Harvard University konnten zeigen, dass das Bewusstsein von Menschen während des Tages chronisch wandert und nicht da ist, wo sie gerade wirklich sind. Zweitens belegen ihre Untersuchungen, dass die Aktivität des Tagträumens und die Aktivierung des DMN Menschen eindeutig unglücklicher macht, als wenn sie sich in Zuständen mit geringeren Tagtraumanteilen befinden. Das vermutlich erstaunlichste Ergebnis der Untersuchung war jedoch, dass die Inhalte des fiktiven Erlebens, also die Denkvorstellungen, eine bessere Voraussage über den tatsächlichen gegenwärtigen Glückszustand zuließen, als das, was die jeweiligen Personen tatsächlich taten. Wenn ich das alles zusammenfasse, läuft es letztlich darauf hinaus, dass es gut ist, sehr bewusst die sich ständig aneinandergereihten Gedankenketten und Prozessen des Tagträumens oder Mindwanderings zu unterbrechen. Genau das kann man durch Achtsamkeitsübungen und Meditation lernen. Übrigens hängt damit vermutlich auch die Fähigkeit zusammen, durch Meditation beispielsweise Schmerzen zu reduzieren oder Depressionen zu lindern. Es gibt dann bildhaft gesprochen zwar noch ein Gefühl wie Aua, Arm dort wehtut, aber diese Wahrnehmung verbindet sich nicht mehr so eng mit einem Selbst, mit einem Ich, das dann ständig eine Geschichte von sich selbst erzählt, wie arm es dran ist und leidet und dass es eben diesen Schmerz hat, der eigentlich nur im Arm ist, aber dann zu einem ganz Ich-Schmerz wird. Das Ich fügt dann dem Armschmerz noch eine weitere Dimension hinzu, nämlich das Leiden des gesamten Ichs. Achtsamkeit erleichtert jedenfalls die positive Umdeutung einer Wahrnehmung oder eines Reizes, was man in der Psychologie positives Reappraisal nennt. Und das ist für viele Therapien sehr wichtig. Im Grunde ist damit auch schon der erste Punkt, den Britta Hölzel angesprochen hat, nämlich die Aufmerksamkeitsregulation geklärt. Achtsamkeit trainiert und erhöht das Gewahrsam für das, was tatsächlich jetzt gegenwärtig ist, statt nur eingebildet zu sein und vielleicht gar nicht mehr existiert. Die stärkere Präsenzorientierung ermöglicht es also, den Moment intensiv und damit gefühlt anders als sonst zu erleben. Die Wahrnehmung des Körpers, der mit dem Bewusstsein verschmilzt, hilft dabei, die Wahrnehmung im Jetzt zu verankern. Dieser Aspekt des sogenannten Embodiments, also der Verkörperlichung, spielt seit jeher in der alten Achtsamkeitsliteratur des Yoga und des Buddhismus eine ganz entscheidende Rolle. Mit dieser Zunahme der Aufmerksamkeitsregulation sind drei weitere unterschiedliche Aspekte verbunden. Die Steigerung von Vigilanz oder Daueraufmerksamkeit. Die Steigerung von selektiver Aufmerksamkeit, also der Fähigkeit, eine spezifische Information aus einer angebotenen Vielzahl von Informationen auszuwählen und dabei zu bleiben. Und drittens die Steigerung der sogenannten exekutiven Aufmerksamkeit. Und damit ist die Fähigkeit gemeint, das eigene Handeln gut zu überwachen und Konflikte mit ablenkenden Reizen zu lösen. Alle drei Komponenten haben neurophysiologisch vor allem mit einer höheren Aktivierung des anterioren singulären Kortex zu tun. Das ist ungefähr hier, also unter meinem Frontallappen hier vorne, ein wenig tiefer Richtung Gehirnmittelpunkt. Kommen wir zum zweiten Aspekt der verbesserten Emotionsregulation. Die Veränderungen in der emotionalen Regulation hängen Neuroimaging-Studien zufolge vor allem mit einem Anstieg der Aktivität des präfrontalen Kortex zusammen und einer gleichzeitigen Verminderung der Aktivität der Amygdala, die mit starken Gefühlen wie Angst oder auch Aggression verbunden ist und bei Angstpatienten zum Beispiel eine deutlich erhöhte Grundaktivität aufweist. Wer seine Amygdala, auch Mandelkern genannt, zumindest hin und wieder regulieren kann, hat deutlich bessere Chancen mit sehr intensiven Emotionen wie eben Aggression oder Angst umgehen zu können. Denn sie entstehen im Wesentlichen im Mandelkern und dem damit verbundenen limbischen System. Der Mandelkern ist eines der Lieblingstiere der Neurowissenschaftler. Ihr regelt also das eine, das Angst oder Aggression erzeugt, runter und aktiviert gleichzeitig das Netzwerk, das für eine bewusstere, rationalere Verarbeitung von Informationen zuständig ist. Ihr führt sozusagen ein Realitätsprinzip ein. Und damit verändern regelmäßige Achtsamkeits- und Meditationsübungen auch die emotionale Regulation beziehungsweise helfen euch dabei, sie bewusst zu verändern, wenn ihr das wollt. Das und die Aufmerksamkeitsleistung ist sehr eng aufeinander abgestimmt und mit einer Veränderung der Wahrnehmung von Körperreizen verbunden, was mich zum dritten Befund der Veränderung des Selbsterlebens bringt. Dass es diesen Zusammenhang gibt, ist in meinen Augen sehr entscheidend, denn wer die eigenen Emotionen und die Wahrnehmung des Selbst verändern oder sogar regulieren kann, wie zum Beispiel ein Sportler den Herz schlagt, der hat auch große Chancen, sich im menschlichen Miteinander besser einzufinden und vor allem auch die Prozesse des Wandels besser zu bewältigen, mit denen wir es ja alle derzeit zu tun haben und von denen wir manchmal regelrecht überrollt werden und uns dann überfordert fühlen. Und das produziert dann Stress und der wiederum Angst und Aggression. Ich glaube, dass Meditation deshalb eine wichtige Rolle spielen kann bei den großen Transformationsprozessen, die beispielsweise mit dem Klimawandel zu tun haben und von uns verlangen, zumindest hier und da zurückzustecken. Was unser Ego natürlich vollkommen nervt und wütend macht. Und das wiederum heißt, die Amygdala wird aktiviert, manchmal bis zum Anschlag. Und dann kippt nicht nur die Stimmung, sondern manchmal auch das menschliche Ökosystem. Meditation und Achtsamkeit helfen euch, das zu regulieren oder einfach besser damit umzugehen, auch es wahrzunehmen. Allerdings klare Ansage, das geht nicht von heute auf morgen. Stellt euch mal vor, ihr trainiert für einen Marathon. Selbst wenn ihr nur eine mittlere Zeit erreichen wollt, müsst ihr verdammt gut und lange und vor allem regelmäßig trainieren. Mit dem Geist ist es nicht anders, auch wenn man die Erfolge vielleicht am Anfang viel schlechter sehen und wahrnehmen kann. Zur veränderten Wahrnehmung des Selbst gehört jedenfalls wesentlich das direkte Körpergewahrsein, das durch eine entsprechende Praxis wie zum Beispiel Bodyscan trainiert und verändert werden kann. Die Aktivität der zur Körperwahrnehmung gehörenden Hirnregionen beeinflussen dann wiederum die Emotionskontrolle positiv, denn Emotionen sind ja mit körperlichen Wahrnehmungen sehr eng verbunden. Insofern hängt all das miteinander zusammen und führt im Ergebnis zu einer realistischeren Einschätzung des Ichs und gleichzeitig zu einer höheren Selbstakzeptanz. Ich hoffe, die paar Erläuterungen haben euch einen kleinen Einblick gegeben, welche Effekte Achtsamkeitstraining und Meditation haben können. Fehlt noch der dritte Teil. In dem erzähle ich euch dann was über Risiken und Nebenwirkungen und darüber, dass Achtsamkeit ein echter Anfang sein kann und ein wichtiger Teil der weitaus umfassenderen, über den Einzelnen hinausgehenden Transformationsprozesse, in denen wir uns global befinden und die wir alle gemeinsam bewältigen müssen. Packen wir es an und tschüss.